Gesundheit und Fitness liegen ja schon seit geraumer Zeit voll im Trend. Das dachte sich auch die LCS Leoben und so gab es zum wiederholten Male die Besser-Leben-Tage. Im Speziellen besuchten wir an diesem Tag die Fit & Gesund Expo im obersten Geschoss. Ja, ich bin ganz überrascht, dieses Jahr noch viel besser als letztes Jahr. Ich glaube wir sind schon ein bisschen bekannter geworden hier, weil wir es schon das dritte Mal durchführen. Viele Leute stellen wirklich schon ihre Lebensweise um, wenn sie merken sie haben Probleme in irgendeiner Art und greifen jetzt wirklich zu natürlichen Heilmitteln oder auch Präventionsmitteln. Unter dem Motto, Vorbeugen ist besser als heilen, erwartete die Besucherinnen unter anderem ein Blutzucker und Cholesterin Test, Körperfett, Blutdruck und Lungenfunktionsmessung, ein Harvard Fitness Test, ein Computertest zur Bestimmung des biologischen Alters und eine kostenlose Entspannungsmassage, die ich nur empfehlen kann. Im Gespräch mit einem Arzt wurden aus all diesen Momentaufnahmen der persönlichen Gesundheit und konkrete Wege der Vorbeugung aufgezeigt. Gesundheit kann man sich nicht kaufen, es ist das Wertvollste, was der Mensch besitzt. Also liebe Zuseher, schauen Sie gut auf sich! calmre Gründe eines 2 1 Mostly Üb 2 1 5 2 1 4 7 2 1 2 1 1 Vielen Dank.